Was ist die Firma Derschel? Wir als Firma Derschel sind ein klassischer Familienbetrieb, gegründet 1984 von meinem Vater Wolfgang Derschel, beginnend als klassische Schlosserei. Mittlerweile sind wir aufgestiegen als Komplettlöser im Bereich der Metallfertigung. Unsere Stärke im Hause Derschel ist, dass wir den Kunden den kompletten Bereich der Metallverarbeitung im Haus abdecken können. Dazu gehört das klassische Laserschneiden, Abkanten, Schweißen von Komponenten, die komplette Rohrbearbeitung, 3D-Bearbeitung und auch die Zerspannung. Weiter bieten wir genauso fertige Baugruppen und Komponenten im Haus an. Derzeit verarbeiten wir mit ca. 85 Mitarbeitern 4.000 Tonnen Bleche und Rohre, arbeiten im Bereich Laserzuschnitt 24 Stunden, 7 Tage die Woche, beinahe 365 Tage im Jahr. Im Bereich Abkanten liegen wir momentan im Bereich von ca. 35.000 Mannstunden im Jahr. Dank der hohen Automatisierung und Investitionen, die wir die letzten zwei Jahre getätigt haben, war es uns möglich, 25 neue Mitarbeiter einzustellen und den Umsatz zu verdoppeln. Mittlerweile gibt es keinen Haushalt, wo nicht irgendein Teil von Derschel vertreten ist oder zumindest mit ihm in Kontakt kommt. Wir fertigen und beliefern alle Branchen, aber momentan sind unsere Zugpferde die alternative Energien, sei es jetzt Biomasse, Wechselrichter und Wärmepumpen. Unsere Stärken sind absolut die All-in-One, alles aus einer Hand Prinzip. Wir haben einen extrem umfangreichen Maschinenpark im Haus, sodass es uns möglich ist, die ganze Fertigungskette bis auf die Oberflächenveredelung im Haus zu fertigen. Das ganze Know-how und Wissen bleibt auch im Haus. Unsere langjährigen Mitarbeiter unterstützen uns auf dem Weg Richtung Automatisierung und Fertigungstechnologien, sodass wir zu den Mitbewerbern immer einen Schritt voraus sind und unseren Partnern immer ein verlässlicher Lieferant sind. Dadurch, dass Derschel ein klassischer Familienbetrieb ist, haben wir in den letzten Jahren ein Spitzenteam aufgebaut, welches sich nicht vor neuen Aufgaben scheut und für jede Problemlösung für den Kunden zur Seite steht. Auch bereits vor Salvanini waren wir im Bereich Abkanten extrem gut aufgestellt. Wir haben zwölf Abkampressen gehabt, wovon vier schon mit Roboter ausgestattet waren, zwei davon mit automatischem Werkzeugwechsler. Jetzt war dann die Überlegung, wollen wir dies in die Masse ausbauen oder wagen wir einen neuen Schritt in ein neues Marktumfeld und gehen den Weg gemeinsam mit Salvanini im Bereich Schwenkbiegen. Wir wollten weg von dem klassischen Denken im Bereich Abkanten und unseren Output auf geringster Fläche massiv steigern, weil die räumlichen Kapazitäten im Haushaltbereich ausgeschöpft sind und wir auch unseren Kunden einen Mehrwert anbieten wollten. Wir bei Derschl beschäftigen uns schon länger mit 3D-Laserschweißen. Dazu benötigen wir Bleche mit höchster Präzision und geringstmöglichem Biegespalt. Dafür ist die Salvanini mehr als optimal. Wir haben uns im Bereich Schwenkbiegen für Salvanini entschieden, weil durch die automatische Biegeabfolge unsere Mitarbeiter stark entlastet werden. Weiters konnte dadurch der Output massiv gesteigert werden. Hinzu kommt noch, dass wir jetzt Büge fertigen können, die bis dato nicht möglich waren. Und einer der wichtigen Punkte ist auch, auch wir sind mit dem Fachkräftemangel konfrontiert und jetzt ist es nur noch nötig, dass beim Einfahren der Maschine eine Facharbeit, die die Maschine bedient und später dann die Serienfertigung mit Hilfskräften bewerkstelligt werden kann. Durch den Einsatz der Salvanini ist uns auch die Angst der kleinen Losgrößen genommen worden, weil durch den automatischen Werkzeugwechsel ist ab Stück zur Lines alles möglich. Ein wesentlicher Vorteil der P2 im Vergleich zu unseren automatischen Biegezellen ist, dass auf kleineren Platzbedarf ein mindestens doppelter bis vierfacher Teil-Output möglich ist. Wir bei Terschel haben uns bewusst für Salvanini entschieden, weil wir immer die besten Maschinen für die besten Mitarbeiter haben wollen und auf einen Weltmarktführer setzen. Uns ist aber neben der Maschine mindestens genauso wichtig der Service-Support und die Ersatzverfügbarkeit. Hier genießt Salvanini weltweit den besten Ruf. Die Zusammenarbeit zwischen Terschel und Salvanini verlief von Anfang an professionell und trotzdem auf einer sehr familiären Ebene. In kürzester Zeit wurde für unsere Problemlösung die passende Maschine gefunden. Wir bei Terschel haben uns im Bereich Schwenkbiegen für Salvanini entschieden, weil wir einen Partner gesucht haben, der uns beim Einstieg hilft und mit Rad und Hart zur Seite steht. Die P2 ist der optimale Einstieg im Bereich Schwenkbiegen. Momentan läuft sie einschichtig. Wir kommen mit den Zuschnitten nicht hinterher. Sobald dieses Problem gelöst ist, gibt es Überlegungen, in eine weitere Anlage zu investieren. Dieses Mal genauso wie die anderen Anlagen vollautomatisiert, weil auch wir mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen haben. Für uns war es definitiv die richtige Entscheidung, den Weg gemeinsam mit Salvanini zu gehen. Wenn mich heute noch einmal jemand fragen würde, ob wir das noch einmal tun würden, würde ich die Frage definitiv mit Ja beantworten.